Filme und Audios schneiden mit Shotcut Shotcut ist ein kostenloses Schnittprogramm, mit dem du Videos, Bilder und Audios kombinieren und schneiden kannst. Starte dafür Shotcut und füge eine Videospur hinzu. Öffne dann die Dateien, die du für deinen Film benötigst. Ziehe dein Video in die Videospur. Mit einem Rechtsklick kannst du dein Video in zwei Teile trennen und Videoteile entfernen. Wenn du zwischen zwei direkt aneinander angrenzenden Videos einen Übergang schaffen möchtest, kannst du sie einfach übereinander ziehen. Wenn du den Übergang auswählst und auf Eigenschaften klickst, kannst du zwischen verschiedenen Übergangsoptionen wählen. Mit einem einfarbigen Bild im 16 zu 9 Format kannst du außerdem farbige Überblendungen kreieren. Einen Titel kannst du über Filter hinzufügen, Videofilter, Text-Rich hinzufügen. Über die Voreinstellungen kannst du dafür sorgen, dass sich der Text bewegt. Über das Filtermenü kannst du außerdem, wenn du auf Audio klickst, die Lautstärke anpassen. Ein Fade-In oder Fade-Out ermöglicht das Ziehen der Video-Ecken. Wenn die Audiospur mit dem Video verbunden ist, blendet jedoch das Video ebenfalls ein bzw. aus. Möchtest du nur die Audiospur langsam ein- und ausblenden, kannst du sie vom Video trennen. Möchtest du deine eigene Tonaufnahme zum Video hinzufügen, musst du zunächst eine zusätzliche Audiospur erstellen, in die du dann deine Tonaufnahme ziehen kannst. In dieser Spur kannst du nun deine Audiodatei zurechtschneiden und Atemgeräusche oder Versprecher entfernen. Wenn dein Film fertig ist, kannst du ihn exportieren. Dir stehen verschiedene Dateiformate zur Auswahl, wobei auch nur der Ton exportiert werden kann. Das ist meshübäckchen in der Schule. Das er Grund dafür ist, warum auch immer das Viehver army sagt. Du war verschiedene нужde Kinder, wunderschöbäckchenけど bringen kann. Untertitelung des ZDF, 2020